Yo Leute, bevor das Video startet, eine kleine Eigenwerbung. Ihr seht hier den Discord. Ich habe das öfter angesprochen, es sind schon sehr viele Leute auf dem Discord, aber viele wissen auch nicht, was ein Discord ist. Ich möchte euch das ganz schnell zeigen. Ihr habt hier verschiedene Sprachchats, wo ihr zum Beispiel chatten könnt mit anderen aus der Community. Oder ihr könnt hier auch talken, es gibt hier verschiedene Räume. Hier sind schon die ersten, wir haben hier gerade morgens früh um 10 Uhr, die ersten schon am quatschen, unglaublich. Und hier oben ist auch mein Channel, ich bin auf diesem Discord auch des Öfteren. Das heißt, wenn ihr zusammen zocken wollt, PUBG, ETS, was auch immer, könnt ihr hier kostenlos reinjoinen. Das ist alles kostenlos. Viele coole Leute in dieser Community hier vorhanden, deswegen schaut doch mal auf den Discord nach. Der Einladungslink zum Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das ist eine kostenlose Software, ja, zum Miteinander unterhalten, ihr wisst Bescheid. Wir haben eine neue Podcast-Folge rausgebracht und zwar YouTube Business, was steckt dahinter? Das ist unsere achte Folge, das ist ein gemeinsames Podcast mit Falko, das könnt ihr kostenlos auf Spotify hören. Einfach eintippen, der Rüde braucht Klöten. Und ja, das könnt ihr euch gerne gönnen unterwegs, ein bisschen was zum Reinhören. Und wir werden da versuchen, so viele Folgen wie möglich immer für euch hochzuladen. Und erfreut sich einer großen Liebtheit. Das wollte ich euch auch nochmal ganz kurz sagen. Also eine neue Folge, der Rüde braucht Klöten, jetzt am Start. So, jetzt viel Spaß mit dem Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ja. Ja. Oh ja, Banane. Ja. Oh shit, ich muss tanken. Bei dem ersten Kunden, wo wir gleich hinfahren, läuft es seit anderthalb Jahren super. Aber diese Woche komplett scheiße. Normalerweise ist, wenn ich da hinkomme, bringe ich einen vorgeladenen Auflieger dahin. Oh, warte mal. Ich bin erkältet. Einen vollen Auflieger hin und nehme einen leeren mit. Aber, Erkältung ist auch noch am Start. Aber im Moment klappt überhaupt nichts bei dem Kunden. Ich komme hin, den einen Tag zum Beispiel, um einem Beispiel zu geben, komme hin und sehe einen vollen Auflieger. Und zwar sehe ich das daran, wenn die Türen hinten zu sind, wenn die da abgestellt sind, die Auflieger, wenn die Türen zu sind, ist der voll. Und wenn die Türen hinten auf sind, dann ist er leer. So als Hinweis für mich, da wollte ich hinten reingucken, da weiß ich ganz genau, ich stelle meinen vollen ab und nehme gleich den mit den offenen Türen auf und kann gleich losfahren. Dann standen zwei Auflieger da mit beiden Türen zu. Da habe ich mir gedacht, okay, manchmal vergisst es der eine Rangierer, die Türen hinten aufzumachen. Guckte ich in einen Auflieger rein, der war voll. Da habe ich gedacht, okay, wenn der eine voll ist, dann wird der andere der leere sein. Angedockt, gucke doch mal hinten rein, auch voll. Dann hatten wir den vollen Auflieger, den anderen vollen Auflieger und den ich gemacht habe auch voll. Drei volle Auflieger. Ich fahre die Linie jetzt seit anderthalb Jahren, das hatten wir noch nie und bin ich zum Rangierer, ich sage hier, ich sage, ich brauche einen leeren Auflieger, ich muss nach Eisenach fahren. Ja, haben wir noch nicht geschafft, ich muss mal fragen, ob sie den leer machen können. Ich sage, wie, ihr müsst mal fragen. Der muss leer sein, ich muss zum nächsten Kunden. Und das geht seit einer Woche so und ich fahre eine Verspätung nach der anderen rein und kann natürlich dazu nichts. Ja, das Ganze, ob das jetzt wieder so geht, das gucken wir uns gleich mal an. Ja, das Ganze, ob das jetzt wieder so geht. So, Leute, jetzt nochmal eine vernünftige Begrüßung. Herzlich willkommen zu einem Vlog, den haue ich einfach mal zwischendurch raus. Ich habe mir zu viel um die Ohren, dass ich nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Ich wollte ja eigentlich den Trailer für das Live-Podcast, für mein Bühnenprogramm euch präsentieren. Und die Leute, die mir bei Instagram folgen, die wissen, was da passiert ist. Leider ist da die Absprache ein bisschen fehlgeleitet. Also, es ist zu einem Missverständnis gekommen, sodass wir den Trailer nicht produzieren konnten. Und dementsprechend ist der noch nicht draußen. Ja, deswegen jetzt, damit ich nicht, dass ihr mir schreibt, hey, es kommt nichts mehr auf deinen Kanal, weil ihr seid es ja meistens gewohnt, dass ich, oh, ist das ein Riesenrad da oben? Oh! Ihr seid ja gewohnt, dass ich so zwei Videos in der Woche raushaue. Und jetzt habe ich gedacht, okay, diese Woche ist sowieso eh so spektakulär. Ja, ich wollte die ganze Zeit vloggen, aber meine Erkältung, ihr hört es ein bisschen, ich spreche ein bisschen nasal. Ja, wenn du ein bisschen krank bist und eh so viel Stress hast, dann hast du auch keinen Bock, irgendwie die Kamera rauszuholen. Das sage ich euch ganz ehrlich, aber jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt geht es leider, jetzt geht es, ach, ey, was ist denn mit meiner Sprache heute? Jetzt geht es schon ein bisschen besser, dass ich sagen kann, okay, ich könnte mal wieder ein bisschen vloggen. So, wir sind jetzt auf der Weg zu meinem ersten Kunden und da stelle ich den Auflieger, den ich hier habe, planmäßig ab, der ist beladen, mit Leergut und, oh, ein Kollege hinter mir, nice! Und nehme dann einen leeren Auflieger auf, um zu meinem zweiten Kunden zu fahren. Und da ist halt das Problem, was ich am Anfang sagte, irgendwie scheint der Kunde völlig überlastet zu sein. Mein Weihnachtsgeschäft dürfte noch nicht losgegangen sein, ich glaube erst ab dem nächsten Monat. Gehenfalls kommen die im Lager, sind die wohl überlastet und schafft es nicht, die Auflieger zu entladen, unter anderem auch meine oder die von unserer Spedition. Und das ist das Problem, weil ich brauche jetzt, oder spätestens in einer Stunde, einen leeren Auflieger, damit ich nach Eisenach fahren kann zum Beladen. Ja, und ich hatte es jetzt die ganze Woche so, dass ich da hinterherlaufen musste. Ich musste den Rangierer auf den Keks gehen und sagen, hey, ich brauche einen Auflieger. Ja, und er sagt dann immer, ja, ich versuche mein Bestes und wir schauen jetzt mal, ob der Auflieger heute fertig ist. Ich könnte ja wieder ahnen, wenn ich euch dabei habe, dann klappt alles und ihr denkt, wieso, was ist das los, Geil? Ist das alles, geht doch alles. Ja, ich glaube, also ich hoffe, ihr drückt mir jetzt mal die Daumen. Und ja, wir fahren jetzt mal ein bisschen und wohin mein Kollege hin. Hä? Musst du nicht zu dir vorhin mal? Hallo? What are you doing? Äh. Fährt er einen anderen Weg? Ach so, gelb leuchtet das übrigens, weil ich den Spurassistenten ausgestellt habe, weil da durch so eine Baustelle es immer zu Warntönen kam. Ich bin ja auch nicht müde, etc. Deswegen habe ich jetzt mal kurz aus. Das ist also keine Fehlermeldung als solches, sondern einfach nur, aber ich kann ja mal kurz wieder anmachen. Das unten rechts, was da noch gelb leuchtet, zeigt, dass die Lüftachse vom Auflieger gehoben ist, weil er ist nicht schwer beladen. Hätten wir das auch geklärt. Ich liebe das, wisst ihr, so abends, so in einer später Stunde, so durch die Stadt zu fahren. Finde ich voll geil irgendwie. Ich denke mal, ich wette mal, mein Kollege hat jetzt eine Abkürzung. Der hat bestimmt eine Abkürzung genommen. Da hat die Schnellstraße, die eine bei dem großen Kreisel, wo wir jetzt gleich hinkommen, die ist wieder frei. Mal gucken, ob er da schneller ist. Da ist er. Da ist er, da unten. Tatsächlich, man ist, nee, nee, das ist eine Solo-Zugmaschine. Nee. Da kommt man normal von hier oben jetzt runter. Aber ich glaube nicht, dass du da schneller bist. Sehen wir ja gleich. Ach, da oben kommt mein Kollege. Da fährt er. Da, da. Das hast du dir so gedacht. Bist du nämlich nicht schneller, wenn du da unten langfährst, äh, oben rüber. Das sind der Rangierer. Hier oben ist der Rangierer, neben mir. Den frage ich jetzt mal gleich wegen dem Auflieger. Sagt er bestimmt, ich soll gleich an der Rampe fahren. Pass mal auf. Na, lass mich raten. Gleich an der Rampe. Lass gleich rüberfahren. Kriegen die keinen mehr leer, oder was? Ja. Der andere war auch komplett voll mit Angeln. Ich kann es dir leider, der ist dann dran, aber das ist so für dich an, genauso wie bei dir jetzt drauf ist, du kannst es gleich drauf dran lassen. An welche? Äh, musst du mal drüben gucken, was frei ist. Ist egal, welche ich ranfahre, ja. Aber hier haben wir gerade dran. Ja. Ja. Äh, hier haben wir gerade dran. Und noch was. Äh, du kannst es gerade kommen und, äh, der Freundin werden ja drauf gehen, ne? Abladen. Nee, du kannst eins, meinste. Ja, und du kannst es in den Stiefen gleich über, weil ja, äh, mit den, äh, Zöller, Ferien und Krampan. Alles klar. Gut. Super, danke schön. Ja. Live miterlebt, Leute. So ist es jetzt gerade. Ist gerade Ausnahmezustand hier. Der Rangierer ist richtig cool, richtig nett. Und, äh, äh, hier geht die. Ja, was müssen wir machen? Direkt eine Rampe. Und der Auflieger, den ich dran habe, der wird gleich abgeladen. Junge, 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 Junge. Was ist nur los? Gut, ich fahre erstmal an der Rampe ran und melde mich gleich wieder, weil hinter mir ist auch der Rangierer. Da. Und das muss jetzt ein bisschen schnell gehen. So. Wenn die Rampe draufliegt, geht das Ganze nicht auf Rot. Okay. Leute, ihr bringt mir Glück, das ist ja geil, Mann. Da bringe ich jetzt jeden Tag eine Folge raus. 0 Uhr 2, ich komme hier weg. Zum Vergleich, gestern, ja gut, ich war ein bisschen später hier, aber gestern bin ich hier weggekommen. Äh, um 1 Uhr 30. Also ich bin anderthalb Stunden früher dran. Ey, holy shit. Gut. Dann fahren wir jetzt zum nächsten Kunden. Ich schwöre, der f*** ich jetzt. Oder kommen wir da auch pünktlich weg? Boah, Alter, das wäre so geil. Da könnte ich die Folge noch schneiden und raushauen. Das heißt, die würde Freitagabend rauskommen. Oh Mann. Ach so, übrigens, Dankeschön für über 12.000 Instagram-Follower. Äh, Impressionen, das ist also quasi, die auf mein Profil geklickt haben und so weiter, die sich meine Visage angeguckt haben und so weiter. Ich habe es in der Instagram-Story gezeigt. Plus, also in den letzten 28 Tagen eine Verbesserung von, Achtung, festhalten, plus über 60.000 Impressionen. Alter, das, Leute, mega krass, was im Moment abgeht. Nicht mal mehr 2.000 Abonnenten und wir haben die 100k. Bei meinem Live-Event bin ich so gut wie ausverkauft. Nur noch wenige Karten und dann halt spezielle Personen, die quasi VIP-mäßig. Ja, so viel Liebe, wie er mir im Moment gibt, äh, ja. Beim Live-Event wird es sich erstmal umarmt, Leute. Okay, wir sehen uns in Eisenach. Bis gleich. Jo, Leute. Jetzt haben wir es, gucken wir mal hier drauf, wo ist meine Fernbedienung? Ich habe mich ein bisschen schlafen gelegt. So 10 Minuten oder so. Ich war ungefähr um 20 vor, äh, 20 vor 1 war ich hier. Jetzt haben wir es 2 Uhr und 5. Und wie es aussieht, sind wir fertig, oder? Jo. Alles klar? Jo. Juge, das läuft ja heute, Alter. You're a rebel Getting into trouble You're kinda like a fire, like a fire, like a fire Unpredictable So original You are never back and down, back and down, back and down That's what I like about you So dangerous I get this rush When I'm with you I go Also wie gesagt, Leute, ich finde es unglaublich Ich, äh, am Anfang des Videos jammer ich rum Die ganze Woche klappt gar nichts Und jetzt seid ihr dabei Es klappt alles Wir haben es jetzt, ähm 5 Uhr, kurz nach 5 Stehe an der Rampe, es wird abgeladen Glaubt mir einfach, dass die ganze Woche scheiße war Wir sehen uns gleich, äh Äh, gleich wieder Äh, ja So, meine, meine sehr verehrten Damen und Herren Das ist das Ende dieses, äh, Vlogs Und der ist etwas länger geworden Das weiß ich Und, äh, zum Schluss möchte ich nochmal ganz kurz Auf eine kleine Kritik eingehen Die ich unter einem anderen Video gefunden habe Und die ich des Öfteren mal gelesen habe Wenn der Vlog ein bisschen länger dauert Und zwar sind euch die Folgen zu lang Äh, die Dame hat jetzt hier zum Beispiel geschrieben Dass sie nicht zu viel Zeit hat So eine lange Folge zu gucken Äh, wobei Wobei ich mir jetzt ganz ehrlich sage Jo, aber du kannst doch Pause drücken Und wenn du wieder Zeit hast Guckst du weiter Verstehe ich nicht Ähm, ich mache ja selten lange Videos Weil ich weiß, meine Wiedergabedauer Ist im Schnitt, im Durchschnitt 5 Minuten Das ist, äh, ja Deswegen machen viele YouTuber so Kleine Clips nur also mit 5 Minuten Aber bei so komplexen Vlogs Ähm, aus dem Arbeitsalltag Da, äh, mit Fasien, etc. Da dauert es halt mit, äh Mit der Minutenzahl Und da ist es in 5 Minuten So ein Vlog nicht zu schaffen Ähm, ich könnte mir bitte mal in die Kommentare schreiben Ob du bis hierhin geschaut hast Hashtag Ende In die Kommentare Weil du bis zum Schluss geschaut hast Und schreib mir dann bitte mal Nachdem du Hashtag Ende geschrieben hast Äh, ob das für dich so in Ordnung ist Oder ob du auch dafür bist Dass ich, äh, kürzere Videos machen soll Wobei ich eigentlich sonst immer nur so Zwischen 10 und 13 15 Minuten maximal bin Äh, aber diese Vlogs Dauer sind halt ein bisschen länger Schreib mir das bitte mal in die Kommentare Würde mich interessieren Und, äh, Daumen nach oben Und ein Abo da lassen Ganz wichtig Keine 2000 Abonnenten mehr, Freunde Und wir haben die 100k Gehabt euch wohl Euer Kai Macht's gut Pillebrach verschlüpft Tschüss Pillebrach verschlüpft Pillebrach verschlüpft